Die Fahrt in die Hauptstadt war super. Wir haben den Keller mit dem Gespenst besichtigt. Unsere Schuhe sind unter unseren Betten. Nein, wir haben das Formular nicht ausgefüllt. Wie viele Brücken hat Berlin? Wie viele Brücken hat Berlin? Wie viele Brücken hat Berlin? Liebe Damen, gehen Sie bitte rechts. Wie viele Brücken hat Berlin? Wie viele Brücken hat Berlin? Wie viele Brücken hat Berlin? Max und Anna fahrt in die Hauptstadt. Max und Anna fahrt in die Hauptstadt. Wir wollen nächstes Mal mehr Kirchen besichtigen. Wie viele Brücken hat Berlin? Ja? Ja? Magierik Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020